Hi, mein Name ist Adrian. Ich bin Vertriebsleiter bei der Kyocera Document Solution Group Deutschlands und auch in Personalunion für die AKI. Zu meinen Aufgaben zählt in erster Linie, mein Team zu unterstützen und natürlich auch die Partner in ihrem Geschäft zu unterstützen, zu beraten und zu guter Letzt natürlich auch bei den Endkunden präsent zu sein und diese gemeinsam weiterzuentwickeln auf ihrem Weg zum Making Information Faster. Was bei uns das Teamgefühl auszeichnet, ist vor allen Dingen im Vertrieb, dass jeder den anderen unterstützt. Also im Vertrieb ist man grundsätzlich auch immer ein Stück weit Einzelkämpfer. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei Kyocera auch durch die Kultur, die hier entstanden ist, uns wirklich gegenseitig unterstützen und da jeder seine Talente mit einbringen kann. Das Besondere für mich an Kyocera als Arbeitgeber sind tatsächlich die handelnden Personen. Also am Ende des Tages ist es nicht das Logo, das vielleicht entscheidet, sondern wirklich die Personen, die im Unternehmen tätig sind und auf die man sich auch entsprechend verlassen kann. Wenn auch du Teil der Kyocera-Familie werden willst, bewirb dich jetzt bei uns. Offene Stellen findest du auf der Karriere-Seite. Wir freuen uns auf dich. Doubt Diddy Eu E Vielen Dank.